Was ist die Freie Kultur in Salzburg? Was ist die Freie Kultur auch für die Kulturwirtschaft geleistet wird? Salzburg bildet aus und hat eine sehr lebendige Szene, schafft Arbeitsplätze. Hier mehr Fokus darauf zu lenken, hier mehr zu arbeiten und diesen Bereich mehr zu stützen, sollte Anliegen der Salzburger Politik sein und somit auch Anliegen von allen, die die Salzburger Politik durch ihre Wahl mitgestalten.